Ich hab nicht mein Schild verloren. Hat voll der Witz. Boah, Mann! Ey Futter, du bist dort. Nein. Super. Aus-Prinzip. Aus-Prinzip. Ja. Ist echt so. Jetzt überfällt mich ein Tarnflash, weil er runter... ...backt. Voll. Ich wollte den scheiß Lightning haben. Ah! Ähm, wir müssen rüber, Quartz weg. Schnell. Schnell ist immer so ne... ...definitionssache. Ja. Zwei Minuten, ich bin schon beim redeployen. Ja, 6 Minuten, ich blüste die alte... Ne, tut mir leid, wir gehen hier nicht weg. Unser Scotty-Punkt ist nämlich hier. Ah ja. Alarm zählt über. Aua. Alter, ich renne ja voll rein. Du kannst so unseren Schrottlieder darauf aufmerksam machen, dass da was ist zwecks dem Alarm. Aber solange der nicht sagt, dass wir gehen, gehen wir nicht. Ja, braucht doch nicht mehr gehen, da hast du keine... Also doch, könntest du... Wie mach ich jetzt das? Ähm, warte mal. Das ist tot. Guck mal hier hin. Äh, nein. Ich bin hier. Äh, nein. Auch hier. Auch hier. Die Straße. Ah! Nein, das ist ne... Gibt einfach... Kommt das über den... Dings oder was? Sehr, sehr... Äh, Leute, wir müssen rüber zu... Äh, Quartz weg. Wir brauchen Unterstützung. Hat das... Jetzt bin ich tot. So einen halben Zentimeter vor dem schützenden Stein. Guck! Sven! Sven! Wo... Truppwegpunkt wurde aktualisiert. Ja. Jetzt geht es wieder. Ganz ehrlich... Ja, okay. Die haben 96 plus... Wir haben... Ich muss mit... Aber wir hatten... Die hatten einfach nur noch... 20... 40% überzahlt. Wo? Was? Was haben wir es denn wieder? Kämpf! Ja, grad eben war... 96 plus... 96 plus... So. Ja, Markus, egal. Wir rennen jetzt durch und rappen. Wollt grad sagen. Äh, Maggie! Oh, Maggie! Oh, Maggie! Headshot wieder! Ja, ist klar. Es kommt jemand so ums Eck. Ich gebe ihn nur Headshots. Er dreht sich um und hüttet mich schneller. Ja, ich glaube es. Ja, wir sind recht viele in der Station. Ja, die sind auch mehr als doppelt zu viele. Da wird es ein bisschen hart, ne? Nein, nein. Da sind nicht genau doppelt zu viele. Da wird es ein bisschen hart. Bleibt liegen, Jungs. Ja, das ist grad übens. Können an Massenfights auf Inder liegen. Da ist krass krass krass. Nein! Wir haben doch die Punkte verschenkt. Oh, wir verlieren den A-Punkt. Auch noch? Oh, gut. Dann ist eh fertig. Ja, die sind halt ein paar mehr gewesen wie wir. Und sind auch immer noch mehr wie wir. Oh, yes! Das ist ganz zu spät gewesen. Aber da können wir bei Execervation könnten wir dann kämpfen. Wenigstens. Ja, die ist noch schwer reinzunehmen. Ja, eben drum. Wir müssen sie ja nur halten. Aber zuerst vernehmen wir ganz in Ruhe. Und Holding Pass. Holding Pass auch schon wieder? Ja. Ein bisschen krass. Ja, dann, gut. Wohin jetzt? Exekvation warten und dann rüber zu Holding Pass, oder? Weil unser Sandra fährt irgendwo quer durch die Pampa. Nein! Alter, wie viel hält denn der Spacko aus? Boah, ist noch nicht mal sein Schild weg. Boah, ist noch nicht mal sein Schild weg. Jo. Du hast und hast nur Treffer. Und der überlebt eigentlich. Eiskalt noch nicht mal ein Schild verloren. Das ist voll der Witz. Boah, Mann! Hey, Futter, du bist dort. Ja. Ich bin schon öfters geschwommen wieder. Boah, das liegt auf so hart, Alter! Du kommst hier aber auch nicht mehr raus aus Quads weg. Au, 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 au! What the fuck? Wo den... War ja wohl klar, Futter. Wenn die mehr als doppelt so viele sind wie wir. Ich guck dann die drauf. Boah, das liegt so hart. Ich kämpfe einfach. Hart, hart. Also ich einfach kämpfe und dann gewinne. Au! Naja, irgendwie immer die Basen, wo wir hingehen. Wenn du das sagst, verlieren wir. Wo denn? Heuling ist hart. Nö, oo, ey. Ich hab mir dafür keine Chance. Ja, ich sag nicht. Die Basen, wo Futter sagst, das wir hingehen sollen. Die sind immer so leicht zu halben. Die haben noch gar nichts gesagt ins Team. Ich brauch ein In-G. Ja, die sind aber scheiße, weil die immer noch gar keine Chance hatte, doch. Auch wenn die weiß. Ich brauch immer noch ein In-G. ja ich habe jetzt meinen eigenen getötet statt den gegner super ich bin doch ein idiot ja auch immer noch in den schiefer haben wir in er ist eben das sagte mal push alter was schießen da auf mich ich bin tot ich weiß nicht was mich da getötet hat hat die ja schon war das jetzt ich weiß nicht was er kriegt der geld dafür dass ich mehr gewinne oder ich krieg der geld für die schreie also muss ich mir vorstellen wir hoffen daheim am pc und brüllt sich so die schäle aus dem leib was hat er gar nicht gesagt ihr bringt glory on the empire er hat er hat er hat er ihr was vor allem ja natürlich schon wieder ein über den haufen löschen so jetzt haben wir zeit das ist der wo ich bin ja das beste oder freut selbst nach der wahl der reihe werden das ist immer noch schwul klicken zu beurteilen tut mir leid 5 3 1 okay ich habe das war er wurde zu retten es folgen der hat der hat den richtigen bis für das spiel er hat das spiel nicht mal verstanden der leute anschreien muss damit sie was tun das hat er schon mal verstanden alle mit sich wenn ich meine große ist verschillte ob ich da habe vor dem PC im Brüder der Maßen das man weiß nicht immer ich bin verrückt wenn ich rumschrei der dritte nicht weniger wie verrückter er wird noch schlimmer wie ich habe gesagt schon zu mir erneut einiglich ist nicht allein in die Tüte wie er nicht stört da ist er nicht mal Einen töten die ich hier mit Oh Na genau, leg ne Munition hin Ja, du Ich leg ne Terran und Munition hin Ey, du bist da echt gut, ey Alter Ey, die haben schon wieder so'n Dreckszahn, die da unten Wie, wie 1C4, 2C4, 3, 2, 1 Boom Sunderackill Alter Die Box, Moment, die Box ist das nicht, äh, der Ding? Ist das Spiel ja jetzt auch mit? Die Box, ja, Mr. Box, wo unsere Videos immer kommentiert, so cool Ja, aber der spielt doch auf einem anderen Server Nein, die ist gerade, die Box ist gerade online gekommen Ich glaube, der ist auch hier auf dem Server Wo, hm, 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 der spielt Terranor Der ist aber Terranor Ah, ne, ist jetzt offline gegangen Oh, der spielt doch Terranor, der Lappen Terranor, nee Der spielt doch Terranor, der Lappen 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 Hast du nicht mal seine Videos angeschaut? Der spielt nur Terranor, der, wo ich gesehen habe, hatte Terranor gespielt Natürlich, guckt mir seine Videos an Jaaa Oder du bist schlecht im Lügen Was denn? Ich bin's Ich hab doch gar nicht gelogen, was lache ich, der Scheiß Oh, ich wusste es nicht, welche Reaktion der spielt Ich hab, guck mal, das ist NK Jaaa Der spielt Terranor, der Juli Natürlich mach jetzt in Sandi zu, du Jakob, ey Ach, come fuck you Komm, ist Odif da, haben wir schon gewonnen Wir haben aber noch nicht gewonnen, die Banders haben genauso viel wie wir Was für die Na, ich meine diese Station hier Man, gut, du musst groß denken, wenn du groß werden willst Ja, eh, man, vielleicht, du trinkst, äh, Glory of the Empire und so, ne? So heißt die Folge, Alter Was? Das weiß der Foto später eh nicht mehr Ja Ja